Und Ringo ist raus. Ja, Leute, ich muss auf jeden Fall jetzt irgendwie unter Tage kommen. Ja, komm runter. Ja, nicht gleich. Erzgeben, ich hab genug. Ich kann, man kann sich schlecht runterbauen. Da war irgendwas bei meinem Internet. Wir haben es gemerkt. So ein Kollektor haben sie überlastet. So, ich hoffe, du bist jetzt nicht nochmal. Nein, ich baue mich jetzt einfach drüber und ich spring dann runter. Haha, was ein geiler Hit. Stürbst du? Nein, doch, ich stürbst da. Dann baue ich mich drüber und spring dann runter. Das ist das Minecraft Technik-Pack-Wiki, also ich glaube, das ist in dem Motto. Okay. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal unsere erste Mine hier in dem Spiel. Du stirbst, wenn du da runter springst, ist dir klar, ne? Ich spring nicht. Warnänderung. Für Tageslichtsensoren und Kompagatoren. Genau, Tageslichtsensoren sind das. Also, wir haben jetzt eine Cobblestone-Brücke. Okay. Warte, ich stehe hier. Warum ich dann hier hinten mal runter? Okay, das ist mir auch. Wer ist gerade in der normalen Welt? Ist gerade jemand von euch in der normalen Welt? Wer? Okay. Kannst du mal ganz kurz zu dem Spawn-Haus kommen, wo ich euch alle am Anfang reingesteckt habe? Ja. Soll ich mich wieder hochbauen? Was ist das denn? Ja, gut, ich habe nämlich keine... Übrigens, Gordon, ich habe was für dich, falls du es mir irgendwann brauchst. Warte kurz. So, Spitzhacke kaputt. Ja, gerne das Geschenk. Oh, geil. Ja, perfekt. Hast du eine Spitzhacke? Ja, aber nur Stein. Egal, wollen wir anfangen, die Mine zu bauen? Ich hätte hier schon so eine kleine. Ja, aber so eine richtige, weißt du, wo wir uns jetzt hier runtergraben. Also, was wir überleben, wenn du vorher das Leben hast. Und fackeln, bitte. Ja. Wo geht's weiter? Oder zurück? Da dann, oder? Ja, folg mir einfach. Ähm... Können wir mich nochmal schon mal kurz um die Erde? Warte, ich bin gleich fertig. Ja. Okay. Äh, warte, bevor wir reingehen, ganz kurz, ich muss eben, ne, SRS schreiben, bin gleich wieder da. Und wir sind wieder da. Ich habe es mittlerweile geschafft, in die reale Welt zurückzukommen. Ja, warte, 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 dann muss ich was machen. Wo bist du denn? Da ist ein Creeper, pass auf. Äh... Wo bist du? Hm? Wo bist du? Ähm, jetzt einmal im Lagerhaus. So, warte, deine Sachen wieder. Tom, 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 Tom. Da sind zwei Creeper und zwei Zombies. Drei Creeper und einer in der Nerven deiner... Äh... Bleib doch mal stehen! Ja, warte, ich muss Tom verfolgen. Moment. Pass auf, da oben sind auch viele Creeper. Was wollt ihr denn? Oh, Gott sei Dank, wir wollen nicht beschützen. Okay, gut, hier sind wir sicher. May warte. Wir sind draußen auf uns warten. Das war eigentlich meine Hose, aber ist ja egal. Das kannst du wieder haben. Ich hab mir gerade selbst neu gemacht, aber das andere mag ich gern. Und Bogen hätte ich gerne wieder und Pfeile. Ja, ich war ja nicht fertig. Ja, ja. Ich hatte wie ihr alles in voller Eisenrüstung habt. Ja gut, bei mir ist das klar. Hier, kannst du die Hose haben. Ähm, Leute, ich brauch jetzt zwei Leute. Ich. Überall. Wo? Hier, kommt mit. Hier, so runter, einheitlich eine Mine bauen. Weg ist es. Ich muss, ich will meinen Bauvorhaben jetzt endlich mal anfangen. Was ist denn dein Bauvorhaben? Sag ich nicht. Warte, warte, warte. Schöp, schöp, äh. Wir fangen schon direkt falsch an, wir müssen hier so. Genau, und jetzt? Ich möchte gern kurz Kobbelz und fahren. Warte, warte, warte. Das muss da bleiben. So. Kann ich hier so einen Gang anfangen in die Seite für Kobbelz und? Du kriegst doch Kobbelz und dadurch, dass du hier runter baust, du Genie. Ich krieg nichts, wenn wir dazu drei... ...weit sind wir halt. Wieso? Jeder nimmt eine Reihe. Und los geht's. Da schlag mich erstmal, genau. Entschuldigung. Und in der Mitte möchte ich dann jeden sechsten Block mit Glowstone... ...ich wollte schon Lightstone sagen machen. Glowstone machen. Und... ...ähm... ...und da unten bauen wir dann eine Base und dann baust du irgendwie Fail up. Wer ich? Alter, das ist ja echt abgebrannt. Ja, ich baue hier mit dem Kopf baue ich mal Fail up. Ihr habt das Haus von Lukas ja echt abgebrannt. Ich baue es mit den Treppen, Fail up. Ja klar, haben wir es mit dem Haus von Lukas gebrannt. Ähm, wo war nochmal ein Eisbiom? Äh, ähm, wenn du aus der Mühle rauskommst, 90 Grad nach links und dann immer weiter geradeaus über den Summen nach kurz. Also hinter Besuch. Genau. Hast du noch irgendwo im Boot stehen? Ähm, ja. Wenn du, ähm, neben dem Kuhschnetz... ...äh, vor dem Kuhschnetzler stehst, auf den Eingang schaust, 90 Grad nach links und immer weiter geradeaus. Ah ne, da hab ich auch noch im Boot stehen. Ah. Welche Höhe haben wir? Oh Gott, das dauert aber... Jetzt mal nämlich Holz fällen. Alter! Du hast mich geschlagen. Du und du hast mich geschlagen. Nein, das war Tom. Oh. Hätte ich jetzt Kohle, soll ich das abbauen? Ja, auf jeden Fall, wir haben gar nichts mehr. Wir sind out of überhaupt alles. Dann solltest du mir die Kohle direkt mal geben, weil... Ja, warte. Ich bin neben dir, weil ich hab echt... Ah, eine Kohle hab ich. Ich hab nämlich keine Fackeln und gar nichts und damit versuche ich jetzt zu bauen. Oh, meine... Oh Gott sei Dank. Nimm doch mein, nehm doch mein Glowstone. Nein, das kann ich ja erst zum Schluss machen, wenn ich weiß, wie das... Okay, ja, was ist so, hier. Äh, acht Kohle. Klasse, danke. Ja. Das ist mir ganz egal. Wieso kann ich mein Boot nicht mehr stolzern? Übrigens, Justin, alle Erste, die gefunden werden, äh, werden aufgeballt. Tom, was hast du gemacht? Alter, ich bin durch einen Bug gestorben, was soll das denn? Ich fahre bei Level 28. Ich bin, ich bin mit einem Boot an einem, am, ganz leicht an die Küste angeeckt und bin deswegen gestorben. Ich geh mal in die Höhle. Ganz ehrlich, Gordon, ich darf mir die Level 28 wiedergeben. Nein, das ist Minecraft. Das ist scheiß Bug. Zeig dir mal gleich, wer hier was labert. Vielleicht nichts mehr. Erstmal D-O-Mack. Warte, wie viel Kohle hier ist. Ich hab eine Höhle gefunden. Bevor ich da reingehe, ich hab auch schon eine gefunden. Okay, bevor ich da reingehe, muss ich echt noch mal eine SMS schmeißen, ist grad voll wichtig und so. Alter, mein Boot steht ja noch da und ich bin tot am Arsch. Boah, hier ist ja wirklich eine Höhle. Boah, jetzt bin ich Level 5. Alter, das ist doch so scheiße. Noch was da ist, Gordon. Ich bin grad mal in eine Höhle reingegangen, die jetzt auch schon wieder vorbei ist. Aber ich hab noch mal Kohle gefunden. Okay. Zombie Apocalypse. Ich bin jetzt ziemlich weit hinter euch, also. Ja. Ja, hier ist noch ganz viel Eisen und Blah und wo sind wir hier her? Ja, wie gesagt, wird alles aufgedehrt. Ja, ja, klar. Ich würd sagen, wenn wir so Höhlen finden, ne, ist das voll cool, wenn wir so einen Schaukasten machen, wenn wir uns jetzt Glas holen, die links und rechts so zubauen, dass wir aber wissen, dass hier eine Höhle ist, quasi. Und man fährt da mit dem Minecraft hier durch und ist in Sicherheit, wisst ihr? Ich hätt auch noch ein bisschen, ich hätt auch noch ein bisschen Gas. Ich würd schon wieder nicht steuern, wenn ich jetzt auch wieder sterbe, am Arsch. Das ist voll die fette Höhle. Du bist rausgeflogen. Ich bin rausgegangen. Okay. Ich kann mein Boot nicht verlassen. Ich kann es noch nicht kaputt machen. Jetzt bin ich draußen. Ich fahr nicht mehr mit dem Boot, das ist mir viel zu gefährlich. Deswegen hab ich schon 23 Leute verloren. Oh, das ist doch scheiße. Kurz Aufleidekabel vom Tablet aufheben. Das ist runtergefallen. Ich nehm grad mit 300 Frames auf. Was ist falsch mit Minecraft? Alter, ohne Spaß. Nur weil das jetzt Default hat, geht das gerade voll ab, oder was? Ja, du hast halt 4 GB zugewiesen. Ne, dadurch, dass ich kein Magic Launcher mehr hab, hab ich jetzt auch keine 4 GB mehr drauf. Nur noch die Standardvariante. Ja, also 900 irgendwas Megabyte. 912, genau. Mit Level 40. Ihr übersieht voll das Eisen. Ja, aber das lassen wir ja auch erstmal noch drin. Oh. Weil ich möchte unbedingt Diamanten haben, weil... Ich möchte mindestens durch die Aktion 3 Diamanten bekommen, damit sich der Einsatz von meiner Spitzhacke gelohnt hat. Weil ich grad ne Diamantspitzhacke für den Mist hier verwende. Und die wird auf jeden Fall, wenn ich mit dem Bauvorhaben fertig bin, kaputt sein. Wenn der Diamanten reich ist, ist der von euch allen. Ich hab zwei Diamantspitzhacken und noch drei Diamanten. Wieso hast du zwei Diamantspitzhacken gemacht, du Idiot? Also, weil wir ja immer krass drauf sind und weil wir Camphive sind und wir immer übertreiben, fangen wir auf Ebene 5 an unsere Basis zu bauen. Beziehungsweise, wir sagen mal, eine Ebene da drüber, damit wir den hässlichen Bedrock nicht sehen müssen. Oh, ist ne Höhle. So, das nächste ist, den Mittelgang mit Treppen auszustatten, damit wir keinen Hunger, keine Nahrung verlieren, wenn wir großartig hier hochspringen. Darf ich da zulegen? Ja, ich würd halt eher sagen, die äußeren mit Dingen auszustatten. Ne, da kommen ja noch Schienen hin. Ich würd halt in die Mittelschienen machen, da musst du nur einmal Schienen legen. Ja, aber da kann man nicht gleichzeitig fahren. Na und? Ja, gut, dann bauen wir links und rechts Treppen und in der Mitte Schienen. Die Treppen sind aus Holz. Nein, steigen Sie viel zu sein. Also, wir verarschen. Die Holz haben wir gerade gar nicht. Naja, aber dafür wird gelevelt. Und wir nehmen... Ich fahre gerade Holz. Wir nehmen aber die dunklen Holz. Können wir nicht einfach Stein nehmen? Nein, wir nehmen keinen Stein. Ja, dann holen Sie dann Holz selber. Ja, mache ich auch. Ich habe gerade kein Holz. Ja, vor allem müssen wir das dunkle Fichtenholz nehmen, habe ich gerade beschlossen. Also, nicht so wie du. Fick dich. Fick dich richtig hart. Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Also, Erfolg auf YouTube ist einerseits natürlich die Qualität und... Welche Abonnenten hat der? Ähm, 300.000 und der ist erst seit einem Jahr dabei. Soll. Also, das finde ich halt beeindruckend. Also, entweder man hat halt Glück und durch irgendeinen Zufall wird man halt mal gepublished und dann bleiben die Abonnenten halt bei einem hängen, weil die einen gut finden. Ja, weißt du, aber irgendwie, das ist immer eine Glückssache mit YouTube. Okay, ich hätte noch ein paar Steintreppen. Äh, ich glaube auch nur so fünf. Okay, wir wollen es ja Holz machen. Ja, so, genau. Gordon, wollt ihr mal unbedingt wieder eine Extra-Burst? Ja, du kennst mich doch. Ich höre Lava. Yeah, Lava! Wow, 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 Lava! Soll ich mal die Fackel, die es bei uns gibt, durch Kloster und Laterner setzen? Wow, 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 wow! Gordon? Äh, ja, kannst du gerne machen, aber dann setzt du noch so Traptors dran. So. Okay, das ist mir zu oft zu viel Arbeit, dann lass ich lieber so. Alter. Oh, super gemacht, Gordon. Wow, 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 wow. Alter, diese Lava-Kammer hört ihr mal. Ich möchte gerne über die Lava-Kammer. Fuck, es wird jetzt Nacht. Justin, das machst du gerade? Also, das ist Game. Vielleicht. Ich hatte gerade einen Render-Brack. Okay. Danke.